Die möchte ich jetzt mit Julian von Löwes in München klären. Guten Tag dorthin. Hallo. Man hört, der Präsident, also der jetzt nicht mehr amtierende Präsident Mayer, sei einem Rausschmiss zuvor gekommen. Was heißt das denn? Was ist da heute Morgen passiert? Das ist in der Tat so. Ich habe ungefähr vor 20 Minuten das letzte Mal mit der ADAC-Pressestelle telefoniert. Die offizielle Haltung des ADAC lautet, Peter Mayer ist heute Vormittag vom Präsidium mehrheitlich suspendiert worden. Das heißt, sein Rücktritt ist tatsächlich nur dem zuvor gekommen. Man hat auch schon den kommissarischen Leiter August Merkel beschlossen, der jetzt bis Mai die Geschäfte führen wird. Und im Mai soll dann auf der Hauptversammlung neu gewählt werden. Ja, das sind ja zumindest mal Maßnahmen. Es war ja am Wochenende schon angekündigt worden, dass da etwas passieren soll. Aber das war jetzt doch etwas überraschend. Wie sind denn dann momentan nach dieser Nachricht die Reaktionen, vielleicht auch von Politik und auch in der Expertenwelt? Die Reaktionen sind vielschichtig. Justizminister Maas hat sich schon geäußert, dieser Rücktritt wird allein nicht ausreichen, ließ er erklären. Aber auch in der Automobilbranche mehren sich die Stimmen. Der Rücktritt käme viel zu spät. Außerdem würde es auch nicht genügen, dass jetzt nur der Präsident zurücktritt. Die Gesamtstruktur des Vereins müsse sich ändern. Also die Reaktionen auf den Rücktritt von Peter Mayer, die sind auf jeden Fall da. Aber werfen eher noch weitere Kritikpunkte auf. Ja, nun sind es ja so etwa 18 Millionen Mitglieder. Also quasi so viel, wie Nordrhein-Westfalen Einwohner hat und diese Führung. Man fragt sich, nicht nur die Führung, sondern der gesamte Verein. Wie tief steckt der in der Krise? Das kann man daran ablesen. Jetzt aktuell ging es ja wieder um Manipulationen beim gelben Engel. Aber das ist es ja bei weitem nicht gewesen. Mitte Januar wurde der gelbe Engel verliehen. Kurz daraufhin hat der ADAC eingeräumt, bei der Zahl der Stimmabgabe geschummelt zu haben. Und es hat nur wenige Tage gedauert, dann kamen schon die nächsten Vorwürfe. Es hätte beim Raststätten-Test auch Schummeleien bzw. Unsauberkeiten gegeben. Oder bei der Pannenstatistik würde unsauber oder nicht durchschaubar genug gearbeitet. Oder die ADAC-Pannenhelfer würden Prämien bekommen, wenn sie spezielle Batterien verkaufen. Also ohne jetzt all diese Vorwürfe werten zu können, kann man an der Vielzahl daran schon ablesen, wie groß die Kritik ist, wie tief der Automobilclub tatsächlich in der Krise steckt. Man hat so das Gefühl, jeder, der mit dem ADAC in den letzten zehn Jahren ein Hühnchen zu rupfen hatte, kommt jetzt raus und der ADAC ist jetzt aktuell natürlich verwundbar. Ja, ich danke sehr herzlich nach München, Julian von Löwis, für die Informationen.